Hallihallo, meine Clownies, ihr Herzlosen da draußen, zurück zu Kingdom Hearts 3. Ja, wir sollen uns jetzt auf den Weg begeben und Herkules weiterhelfen. So, wir sind auf den anderen. So, okay. Ich guck mich jetzt mal um, ob hier noch irgendwas nebenbei zu lupen ist die ganze Zeit. Komme ich da rüber? Jo, komm jetzt. Wunderbar. Das ist so hart. The river is full. Äh, nein. Okay. So. So, dann wird er meine Freude. Oh, ich bin im Fluss gefallen. Scheiße, du meinst. Ei, 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 ei. Okay, Hammer. Oh, Alter. Sehr gut. Und mal hier wieder hoch. Hoch, 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 hoch. Hier, stimmt irgendwas nicht. Also, ist irgendwie krass hoch der Fluss gerade momentan hier. Hat er auch gerade gesagt. Muss man hier und auch. Ach, du Scheiße. Das ist immer noch ein Wasserherdlose hier. Und so. Aber Alter. Alter, ist doch nicht wahr. Hinten los, wir fahren den Kuh-Fibau-Faum-Faum-Faum. Raus damit. Jawohl. Alter. Ich krieg dauernds Wasser in die Kretze. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Fuck. Jetzt muss ich mal gucken. Ich war nicht mal fix. Och, jetzt komm. Ist das dein Ernst? Ist das euer blöder Scheiß? Wer ist denn jetzt? Kann das sein? Ich mach mir das Vieh jetzt erstmal hier oben. Oh mein Gott. Jetzt halt mich wieder Wasser direkt in die Kretze. Das ist doch nicht wahr, Alter. Oh, jetzt ist das so. Heldenmärchen. Oh, zack. Oh, und auf Wiedersehen. Oh Mistvieh, Alter. Alles klar, dann holen wir es mal lang. Hier rüber, denke ich, ja. Zack. Okay, jetzt warte, dann machen wir nochmal hier die Sachen kaputt. Ich rieche runter von... Ich habe doch nur gesagt. Scheiße, Mann. So eine Schitte. Düt, düt. Okay, hier ist nichts weiter. Wir müssen jetzt hier hoch. Zack. Da ist ne Truhe. Ja, ne Truhe. Sie ist gut. Katolym. Jetzt sehen wir hier den Wegstab das gleich. So. Okay. Und komm, jetzt mal Klapperzucker. Wieder meine Freunde. Ich hit die alle an. Und wenn sie die Faktor hoch... Ich mach das jetzt genau in der Mitte. Passt das eigentlich. Das war denn mit dem, warum war der so markiert? Lol. Bescheid das ja das letzte Mal oder so. Ähm, hier hoch. Hier hoch. Und hier hoch. Oh mein Gott. Ich wollte springen. Ich wollte doch grad springen. Zack. Oh, jetzt ist okay. So, warte. Jetzt bin ich am überlegen. Gehen wir erstmal hier lang. Und gucken mal, was wir hier noch haben. Ah, da geht's nochmal lang. Und hier geht's nochmal hoch. So, da sind so ein paar Sachen hier. Ich glaube aber... So eine ganz miese Brise, dass es jetzt hier vielleicht zum Olymp geht. Oh, ich wusste jetzt, was ich tue, ich denn... Ich würde jetzt andersrum gehen müssen. Scheiße. Zweite vor. Und... Check this. Ah, die muss jetzt halt vorweg. Vorm Gesichtsaus, klar. Und der Bubi-Bomba bringt uns jetzt doch auf. Und der Bubi-Bomba ist immer geil. Damage. Aua. Alter. Ein bisschen wütter. Mal sehen Sie. Oder? Ja. 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 Neh. Ja. 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 Oh, los. Jawoll, haben wir doch. Wunderbar. So. Ähm. Ich bin jetzt halt mal überlegen, ob ich jetzt noch mal runtergehe. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon auf einer Olympin bin. Oder ob ich jetzt hier, ob das hier nur ein Nebending ist gerade. Ich bin gerade echt unschlüssig, weil hier geht es halt auch weiter hoch. Das ist halt jetzt meine Frage, deswegen. Ähm. Ja, gucken wir einfach mal kurz noch woanders lang. Das ist nämlich gerade actually die Shoot, wenn ich jetzt schon... Ich will immer alles erst erkunden und danach sage ich immer, okay, jetzt gehe ich da lang. So. Erst mal kontrolliert, ob hier alles noch läuft. Wunderbar. Ähm. Natürlich. Warum frage ich überhaupt? Welchen schlaufe ich mir? Den hier. Weg. Äh. Ich stelle jetzt auch noch drauf. So, warte. Jetzt machen wir mal. Ähm. Direkt hier. Aua. Oh, ihr Viecher, ne? Ihr legt mich so auf. Oh, die Erfahrungskunde brauche ich halt. Oh, die Bombe. Komm mal dritt hier. Und... Einer Meter fliegen. Wunderbar. Das hat auch gepreschert. So, wie war man noch? Ja. Zwei Stück mehr. Komm. Wow. Da ist noch eins. Jawoll. Sehr schön. Das haben wir auch erledigt. Jetzt sinkt das Wasser auch. Weil die Harzlosen des Wassers tot sind. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Denn da muss ja irgendwo hier noch was Schönes sein. Sonst wäre das ja nicht hier so gewesen, oder? So, hab ich mal kurz die zweite Form reingemacht. Dass sie mir nicht ganz flirten geht. So. Oh, da kann man sie jetzt auch schon nutzen. Wow. Und auf Wiedersehen. Ich hüpfe mal kurz rüber, rüber. Schöne, der Kalbsfleisch. Junge. Was für die Kochsachen, so wieder. Hoppa, hoppa. Oh, ich fall runter. Scheiße. Zack. Zack. Okay, jetzt nischt. Dann können wir eigentlich hier hoch. Dann kommt die zweite Form wieder rein. Dass uns die nicht wieder verloren geht. Jetzt sind wir doch eigentlich... ...an der... ...d selben Stelle wie vorhin, oder? Es müsste jetzt eigentlich dieselbe Stelle sein, oder? Super, Mann. Ja, ja. Ja, ja. Oh, das werde ich jetzt hier sicherlich nicht rauskramen. Jetzt habe ich das Piratenschiff auch noch gejobbt, schon. Ja, guck mal. Jetzt sind wir nämlich hier. Oh, da können wir eigentlich direkt weiter. Der Puffy-Bomber wird es leider auslaufen. Den kann ich nicht benutzen jetzt. Aber das Piratenschiff müsste ich jetzt in irgendeinem Kampf auf jeden Fall nochmal benutzen. Das wäre, glaube ich, vorteilhaft. Wenn ich nochmal Gegner kriege jetzt in den Zeitraum. Nee. Läuft auch aus, leider. Schade. Läuft auch aus, leider. Ja, genau wie vorhin. Leute, das wird jetzt schon schlimmer. Ich hoffe, dass ich falsch bin. Aber meine Familie muss mich brauchen. Sora. Ich werde nachher fliegen. Du bist ein großer Hilfe, aber... ...leave das Rest zu mir. Familie? Ja. Dad ist der König der König der König. Ja. Was? Was? His Vater ist ein König. Aber das bedeutet, dass Herc auch ein König ist? Ich glaube, es ist. Ich glaube, er ist so stark. Dann wird er okay. Wollen Sie? Nein. Organisation 13 ist hier. Er braucht unsere Hilfe. Herc auch. Das ist ein guter Punkt. Wir müssen gehen. Die Herc auch nie zufrieden. Hm, das ist schwer. All das ich weiß, ist, dass sie in Träumen war. Suddenly, ich wollte sie mit all meinem Herz schützen. Wir kämpfen mit all unserem Herz. Komm schon! Der blöde Vogel, Alter. Scheiße, der will mich nicht hochlassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Aua, ey. So, komm weiter. Jetzt kommt der lang... Aua, jetzt kommt der langer Weg. Warte mal kurz. War hier unten noch was? Ah nee, da war ich zuhause. Los geht's. Oh Gott. Klingt nicht aber schon bei Capcoy vorhin, ne? Hup! 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 Hä? Hup! 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 ja ich mich ein bisschen höher weiter geht es Oh, sorry. WTF? Das ist nicht los. Das ist so cool. Das war ja saukool. Das war ja saukool. Oh man, das kommt wieder. Oh, fuck. 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 Was ist jetzt? Ich würde seine Stelle nach oben kommen. Und los. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Get him! Wait. Gotcha! Look out! Get him! Gotcha! Look out! Oh, das sind die Chance. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Get him! Look out! Gotcha! Gotcha! Der hat keinen Bock mehr. Get him! Guck mal gleich die Faust. Look out! Gotcha! Get him! Get him! Gotcha! Get him! Get him! Oh, uh oh. Gotcha! Die. Die gucken kurz durch, die ganze Zeit. Die. 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 Ja, dann müssen wir jetzt gleich hoch machen hier. Scheiße. So. Ableck mit doch. Oh Mann, ey. Nein, nee. So. Ich glaube, das ist das letzte Mal dann jetzt. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Das ist wirklich ein Schwer. Oh, ich hab ihn. Okay, das war er. Ja, das ist eine Unterkümung. Sie sind nicht so schwer, selbst. Ok, was ist nächstes? Wir kommen jetzt erstmal noch ein bisschen hoch. Ist ja was? Nein. Okay. Ja, dann weiter. So. Ich finde diese Grafik allgemein richtig geil. Guckt euch diesen Regen an. What the f*** ist das geil. Es ist halt echt mega gut. Ich habe halt kaum Life mehr. Das ist mein Problem auch gerade hier. Habe ich denn noch Heil-Items? Ich kann noch die Potion nehmen. Ähm. So. Ach guck mal. Das ist hell. Ich hätte gar keine Potion nehmen müssen. So eine Scheiße. Egal. Scheiß, egal. Weiter geht's auf den Gipfel. Oh my god. 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 Was zur Hölle? Oh mein Gott, ist aber die da besiegen. Aua, aua. Oh mein Gott. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ohne Rüstung sind ja gar nichts, Motte packen. Alter Schwede, war ja voll cool. Äh, das war, jetzt, das war, das war mega gut. Wir sind auch ein Olymp. Oh, das ist die Musik aus dem Kingdom Hearts 1. Und bei Hercules auch ein Olymp. Das ist so mega toll. Oh, ich mach mal, ich mach mal hier was kaputt jetzt, ne? Es tut mir leid. Ist leider so. Ich guck halt, ob was drin ist für mich. So. Da ist noch mal ne Truhe. Zack. Fokus krank, okay. Ach, ja, ich hab ja jetzt den Fokus freigeschalten. So. Guckt euch an, wie schön das hier ist. Ha. Oh nein. Nicht hier so, Ritter. Was ist hier los? Ja. Ja. Ach, ich würd's glatt vonaut machen. Mach mal ne doch glatt, hä? Mach mal ne doch glatt, hä? Mach mal ne mal glatt vonaut hier. Wenn du. Ich würd's glatt vonaut. Weg los hier. Jetzt mal, dass man das Ding weggehe. Jetzt mal wieder der Sand verschwindet. Hallo? Loll. Habe ich gerade mit dem Klappensoldat-Funk gespielt? Das ist ja lächerlich gerade gewesen. What the fuck, man. So, jetzt mal. Die Karte von Olymp. Dankeschön. So. Und dann speichern wir natürlich wieder. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.